Wir haben den 21. September und hier im Himmel über uns ist ein perfektes, sogesandtes Schneebrett. Das heißt, ab jetzt zählen wir 100 Tage und dann kommt der richtig fette Winter, reingeschneit. In einem Jahr bin ich so genau gelegen, ich lag nur 24 Stunden daneben. Fettes Schneebrett. Wunderbar. 21. September, jetzt 100 Tage. Mal auf das Schneebrett zurückzukommen, der ganze Himmel ist voll. Eindeutiges Wolkenphänomen. Kann man Jahr vor Jahr beobachten. Der ganze Himmel voll. Da muss man darauf achten, so ein Schneebrett, das sieht aus wie so ein Waschbrett von unten. Der ganze Himmel ist voll. Eine einzige Wolkendecke. Schneebrett. 100 Tage. Mal gucken, ob es stimmt dieses Jahr. Da haben wir jetzt. Mitte September, Mitte Oktober, Mitte November, Mitte Dezember. Ah ja, kurz vor Weihnachten. Sauberli. Schön. 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 rouben. Untertitelung des ZDF, 2020